Ja, einfach schon mal aufnehmen. Einfach schon mal aufnehmen. Häufig besser als der Content, den wir unseren Zuhörern sonst bieten können. Mehr Content. Mehr Content. Also in diesem Sinne, lasst uns die Kräfte vereinen. Feuer. Wasser. Erde. Liebe. Nüsse. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe für Nüsse mit... Klaus. Punt. Dirk. Ich bin so leise, ich höre mich... Ich kann uns lauter machen. Nee, also dich höre ich ja laut. Weil ich mich ja nur halb drinne befinde. Also dein Pegel sieht... Nice. Schwänzen. Dein Pegel sieht gut aus. Sagst du am Pegel dazu? Ja, irgendwie. Wir sind der Podcast, der die Fragen der Welt beantwortet. Der guten Laune. Jede Woche eine neue Frage. Dirk ist diesmal dran mit der Frage, aber davor habe ich eine kurze Frage. Ja, ich dachte, wir kommen erst mal rein. Die brennt mir so auf der Seele. Ja, los, brenn mal. Mit wem würdest du lieber schlafen? Angela Merkel oder Justin Trudeau? Justin Trudeau. Justin Trudeau. Hallo, das ist ja gar keine Frage. Das ist der hübschere Mann von beiden. Das ist auch, ne? Wirklich gut aussehender Mann. Du nimmst schon aus. Er hat die Macht eines Premierministers, aber den Körper eines Unterwäschermodels. Auf jeden Fall. Und diese blauen Augen. Ja, nee, das ist ja ganz klar. Ja, gut. Deswegen dachte ich ja, das kann man ja einfach so im Becken klären. Was habe ich gestern gehört von Girk? Boah, ist das ein hässliches Mädchen. Und dann, ich bitte sie. Das ist mein Sohn. Oh, ich wusste nicht, dass sie die Tochter sind. Ich bin der Vater. Okay, ich habe ihn, ich habe ihn. Was? Egal, Karl, egal. Ich wollte aber immer sagen, die WM ist gerade im vollen Gange. Ja, wir schauen jetzt live das Spiel zwischen Uruguay und Papua-Neuguinea. Es ist ein Spiel mit drei. Ja, spannend. Gerade hat jemand ein Tor geschossen. Team Blau. 14 zu 87. Was war denn gestern los? Was war das? Gegen wen hat? 5-0 hat der Russe gegen den Saudi-Arabier gewonnen. Saudi-Arabier? Und jetzt fand ich beim... Saudi-Arabier. Saudi. Saudi. Gestern fand ich nett, irgendwie beim ersten Tor, wie sich da Putin ganz neckisch nach vorne gebeugt hat und dem Saudi-Präsidenten da die Pfote geschüttelt hat, so von dem Sehen, gewirne dich dran. Ja, so geht es jetzt hier noch weiter. Das war aber schon gruselig, oder? Das war schon gruselig. Also ich weiß ja nicht, wie die auf der Weltranglistenspitze stehen, aber ich hatte jetzt... Nicht so weit oben Saudi... Also ich habe gestern noch elf Freunde Videobeweis, also die geben mal die Spieltagstipps ab und da haben sie noch vollmundig gesagt, Saudi-Arabien gewinnt gegen Russland, war deren Tipp, weil Saudi-Arabien sich nicht so schlecht präsentiert hat gegen den Deutschen und dass Russland in der Vorrunde ausscheidet. Und ehrlich, das wäre ich mitgegangen, gehe ich sogar immer noch mit, ich glaube, dass da eher Ägypten und Uruguay weiterkommen. Wer ist denn alles in der Gruppe? Ist das Ägypten, Uruguay, Saudi-Arabien und Russland? Ich glaube, das ist die Gruppe, ja. Also Ägypten fehlt ja Salah, der von diesem MMA-Move, worüber wir neulich geredet haben, der so einen Armbrecher-Tackle-Move studiert hat. Ja, ja. Der dürfte noch fehlen im ersten Spiel, vielleicht spielt er auch so noch nicht ganz... Darf ich fehlen? Bitte, 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 darf ich, darf ich? Ja, nee, der ist ja eher andersrum, ne? Der ist noch jung und motiviert, der möchte unbedingt spielen, auch wenn er vielleicht seiner Schulter noch eine Woche Auszeit geben sollen dürfte. Sollte, ja. Ja, ja, sollte. Das ist überhaupt noch die Suche, ja. Meine Güte, soll ich mal mit einer Frage beginnen? Sollte. Sollte. Ich dachte eher, ich besinne mich mal wieder auf unseren Ursprung, der dummen, endlosen Gespräch über das, was sonst keinen interessiert. Hodencreme? Nicht schlecht. Meine Frage ist ganz einfach und zwar, welcher Zurück in die Zukunft Teil ist der beste? Welcher? Sag es mir, welcher? Oh mein Gott. Zurück in die Zukunft. Ich glaube, da sind wir beide zwischen zwei und drei. Was? Dirk hat, äh, zwischen eins und zwei, Entschuldigung. Ich habe drei aussortiert, deswegen hatte ich es so präsent im Kopf. Dirk hat heute auch sein Back to the Future, äh. Hast du gerade das T-Shirt dichter ans Mikro gehalten, damit man es sehen kann? Ich habe meine Brust noch ein bisschen nach vorne gedrückt, automatisch. Ja, also der erste ist ja 85 entstanden, der zweite, beziehungsweise nicht entstanden, sondern halt released. Der zweite 89, der dritte 90. 90, äh, und ich hatte in meinem Hinterkopf, weil ich habe mich so ein bisschen voreingelesen, dass das schon als Trilogie angedacht war, was wohl nicht der Fall war. Nee, war es nicht. Nein, das war dieser, ähm, der Teaser am Ende des ersten Films, der war eigentlich nur so ein, so ein Gag. Genau, der erste Teil war zunächst als Einzelfilm geplant, das offene Ende, das später der Übergang zu Teil 2 wilde, war eher scherzhaft gedacht, erster kommerzieller Erfolg führte zu den zwei Fortsetzungen. Ja, deswegen ist, äh, deswegen nocken sie Jennifer auch sofort in der Zukunft aus. Ja, da habe ich auch gefragt, da haben sie halt einfach eine andere genommen. Äh, na, das, das hatte, ähm, die Original-Jennifer, äh, ihre Mutter ist an Krebs erkrankt. Also, die hatte zeitlich keinen? Genau, sie hat sich dann um ihre Mutter gekümmert und die hat wirklich jahrzehntelang ein Schauspiel aufgegeben. Oh. Und dann haben sie Elizabeth Shue genommen, die damals so ein 80er-Sternchen war, ich glaube, die auch ein Cocktail mitgespielt hat, das müsste davor gewesen sein. Cocktail? Und dann wurde es ja so ein bisschen zur Tradition, dass sie am Anfang eines Zurück in die Zukunft Teils nochmal die Endszene des Teils davor spielen. Das machen sie bei zwischen drei und zwei auch. Und da ist die Szene auch eine andere als am Ende vom zweiten Teil. Ich habe eh, also ich meine, natürlich gibt es ja endlos viel Informationen. Eigentlich sollte es ein Kühlschrank sein. Ja. Die Zeitmaschine. Oder hatten sie Angst, dass Kinder sich im Kühlschrank einschließen? Und Michael J. Fox hat ja jemanden ersetzt, ne? Genau. Eric Stoltz. Der ist ja rothaarig, ne? Der in einer Szene noch zu sehen ist. Als? Als Martin McFly. Achso, okay. Das heißt, er ist irgendwo vorbeigerannt oder irgendwas. Nee, es gibt ein Close-Up, wo Biff ihm ins Gesicht schlägt. Und es ist ein Close-Up von Biff. Ja. Übrigens, ihr müsst mal unbedingt Biff Back to the Future-Song bei YouTube eingeben. Das ist großartig. Ich glaube, da kommen eh heute noch so ein paar Inside-Gags oder Infos. Genau, und also er schlägt Marty in der Szene. Ja. Und das ist ein Close-Up von ihm und man sieht das Kinn von Marty. Und das ist noch Eric Stoltz, der in diesem einen Take drin ist. Man sieht auch den Unterschied ganz krass, weil man darauf achtet, weil Michael J. Fox hat ja tagsüber noch eine Sitcom gedreht. Ja, ja, genau. Und ist dann aber nachts zum Set. Also beim ersten Teil. Genau, ist immer nachts zum Set. Und das ging nicht nur ihm total an die Substanz, sondern auch allen anderen. Weil er halt alle nachts drehen muss. Ja, genau. Und du siehst bei Biff auch den Unterschied zwischen den Augenringen. Zwischen dem White-Shot, in dem er mit Michael J. Fox drin ist, und dem Close-Up, in dem er alleine drin ist. Wo er in dem Close-Up noch jung und frisch aussieht, und im White-Shot merkt man halt schon so, okay, zwei Wochen Schlafeinzug. Genau, Eric Stoltz hat das eigentlich sein. Der hat das auch, meint Robert Zemeckis immer, also der Regisseur aller drei Teile. Und auch Autor des Ersten. Ah, okay, das wusste ich nicht. Und Produzent des Ersten. Ja, mag sein. Ja, wahrscheinlich. Also zusammen mit Spielberg. Spielberg hat das ja auch produziert. Also Co-Autor ist er auf jeden Fall geführt. Produzent zwar Neil Kenton und Bob Gale. Ah, stimmt, Bob Gale. Sag mir mal, sonst ist der... Naja, aber Zemeckis meint immer, Eric Stoltz hat das nicht schlecht gemacht, aber das war zu ernst. Also die Rolle war zu ernst angelegt, und da fehlt halt diese humorvolle Leichtigkeit, für die Marty ja einfach bekannt ist. Ja, ich hab mal halt, also weil es ja unendliche Informationen darüber gibt und auch diese ganzen Nerd-Lusts, die bla, hab ich halt nur eine Richtung mal rausgesucht. Natürlich denke ich mal, im Gespräch kommen noch halt andere Sachen so raus. Und zwar, das war die, weil ich ein paar Sachen gefunden habe, die ich selber noch nie gehört habe, weil ich mich da einfach nicht beschäftige, aber wahrscheinlich. Die Parallelen zwischen den einzelnen Filmen. Die sogenannten Running Gags, die halt immer wieder aufgeführt wurden. Ich glaube, die meisten kennen wir. Also vielleicht gibt's ja auch den anderen, wo du sagst, das ist auch was. Also bekannt halt in den Teilen 2 und 3 für Demartys Eigenart, dass er nicht als feige Sau bezeichnet werden. Genau, häufig dazu, dass er eine Herausforderung gegen seine Entscheidung doch noch annimmt und dadurch in Schwierigkeiten gerät. Und außerdem wird Martin in allen Teilen der Trilogie einmal ohnmächtig, kennen wir alle, und danach von seiner Mutter, beziehungsweise im dritten Teil von seinem... Urgroßvater. Urgroßvater geweckt. Er wähnt sich jeweils zu Hause im Jahr 1985... Und glaubt, dass aus einem schlechten Traum aufgewacht zu sein, zudem stolpert Martin in jedem Film auf die gleiche Weise auf die Hauptstraße seiner Heimatstadt. Das zum Beispiel, hab ich gedacht. Also dieses stolpernde Bild, das hat man und das ist halt total gut, aber ich wusste nicht, dass es in jedem Teil immer prägnant halt auf die Hauptstraße seiner Heimatstadt passiert. Bei allen Teilen kommt mindestens einmal das alte Rathaus beziehungsweise Gerichtsgebäude von Hill Valley und dessen für die Handlung wichtige Uhr vor. Ebenso ist in jedem Teil die Zeitreise zu sehen, dass Marty vom Jahr 55 ins Jahr 1985 zurückbefördert wird. Ja. Einige Personen treten in verschiedenen Abwandlungen in jedem Teil auf. Martys Gegenspieler ist jeweils Biff 10 in unterschiedlichen Alterstufen oder ein männlicher Vor- oder Nachwahl. Teil 2... Needles, Needles, Dad, das ist Needles. Wer ist es in Teil 2? Needles! Sein Enkel Griff Tannen. Ach, ach, Griff meinst du, ja. Teil 3, sein Urgroßvater. Ja. Wie heißt er? Buford, Mad Dog Tannen. Niemand! Niemand nennt mich Mad Dog! Tanz! Tanz! Ja, okay. Ich, 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 ich hab, danach hab ich auch noch so ein paar interessante Sachen. Nach einer Verfolgung landet in jedem Teil jeweils ein Mitglied der Tannen-Familie in einem Misthaufen. Im ersten Teil und zweiten Teil fährt Biff Tannen mit seinem Auto in einen LKW, der Mist geladen hat. Mist. Ich hasse Mist. Ich hasse Mist. Im dritten Teil wird Buford Tannen von Martis bewusstlos geschlagen, von Marti bewusstlos geschlagen und landet in einem Karren voller Mist. Warte, im zweiten Teil fährt er in ausgediente Laserdisks? Pfff. Äh, was? Ich dachte, das ist immer Mist. Die Misttransporter sind... Nein, nein, nein. Im zweiten Teil auf den... Aber im zweiten Teil ist es doch auch 1985. Auf der Hoverboard-Jagd. Ach so. Aber ist nicht... Macht er nicht irgendwas in der Hoverboard-Jagd? Ja, aber da hat er das Hoverboard doch in dem Tunnel im Jahr 1985... Nein, nein, nein. Ich meine nicht die, sondern 2015, die Hoverboard-Jagd, wo Biff und die Bande hinter ihm her ist. Äh, aber die fallen ja alle ins Wasser. Oder landen ja alle ins Gerichtsgebäude. Genau, genau. Und die landen ins... Beziehung, er landet ins Wasser und die fliegen halt alle ins Gerichtsgebäude. Ist das ein Kommentar aufs Gerichtssystem? Äh, wie war ich denn? Mist. Die Misttransporter sind jeweils von der Firma... Nerdwissen? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. A. Jones Manure Holding 1985 beziehungsweise D. Jones Manure Holding 1955. In jedem Film hat der jeweilige Tenen eine Gang von wieviel Personen? Vier? Drei. Einer ist Billy Zane. Der Hüter von Recht und Ordnung ist in den ersten beiden Teil Mr. Strickland. Beziehungsweise im dritten Teil dessen Vorfahrer. Sheriff Strickland. Der erschossen wird. Der wird erschossen. Pass auf, geschnittene Szene. Pff, okay. Ich unterbreche mal so ein bisschen mit Trivia-Facts, sonst kommen wir auf dem. Nicht hinterher. Beziehungsweise fällt es mir einfach nach, ich fällt mir jetzt schon kaum ein. Also, Strickland ist ja der Sheriff in der Stadt. Yes. Im dritten Teil. Aber verhaftet wird er vom Deputy. Stimmt. Und es gibt eine Szene, die sie geschnitten haben, weil sie dachten, es ist nicht kindgerecht genug, wo Mad Dog den Sheriff kaltblütig erschießt. Am Anfang, oder was? Nee, zwischendrin. Der Sheriff stellt sich einmal vor. Ja. Und dann macht er irgendwas und der Sheriff und der Deputy stellen ihn und ohne provoziert zu sein, zieht Mad Dog einfach die Waffen und erschießt ihn. Aber das ist nach dem Fest, weil bei dem Fest, da wird er am Anfang noch gebeten, die Waffen abzugeben. Und hat dann noch den kleinen... Oder ich glaube, er ist auf dem Weg zum Duell mit Marty oder so. Ja. Oder verfolgt ihn. Also, es ist irgendwie so. Okay. Die haben sie rausgeschnitten und der einzige Beleg dafür, dass die jemals war, heute hätte man es wahrscheinlich nachgedreht, ist halt, dass der Deputy ihn festnimmt. Okay. Krass. Mir fällt gerade ein, weißt du noch, wie die kleine Waffe, diese ein... Winchester. Nee, 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 diese einläufige, dieses ganz kleine Ding, was er am Stiefel hat. Derringer. 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 Ja. Okay. Ja. Jeder der drei Teile enthält eine Barszene, bei der Marty McFly von einem Mitglied der Tenen-Familie gerufen wird. Das hatte ich zum Beispiel auch nicht auf dem Schirm. Das ist jedes Mal in der Bar. Hey, McFly. Du bist ja gar nicht McFly. Willst du mal aussehen mit dieser komischen Mütze? Nee, mit dem komischen Hut. Nike, was ist das? Indianerslang? Guck mal, die Beiseichen, wie weiß. Worauf sich Marty überrascht umdreht und dann feststellt, dass tatsächlich sein jeweiliger Verwandter in dieser Zeit gemeint ist. In den ersten beiden Teilen sitzt das jeweilige Familienmitglied am Tresen und ist auch vom jeweiligen Tenen gemeint gewesen. Im dritten Teil hält Biff Tenen Marty McFly für dessen Ur-Ur-Großvater, weil er von diesem einen Hut geschenkt bekommen hat. Seamus McFly? Genau. Und deswegen von hinten aussieht wie Seamus McFly. In jedem Teil hat Marty ein Bild, beziehungsweise eine Zeitung im zweiten Teil, das sich aufgrund der laufenden Ereignisse und daraus resultierenden Auswirkungen auf die Zukunft verändert. Im ersten und zweiten Teil klopft mehrmals ein Tenen einer anderen Hauptperson auf den Kopf und sagt Hallo McFly, jemand zu Hause? Hallo, hallo, jemand zu Hause? Denk mal nach, denk nach. Genau. Im ersten und dritten Teil zeigt Doc Brown Marty ein kompliziertes und unnötiges, detailliertes Modell, das zeigt, wie die Zeitmaschine ihre Energie bekommt und auf wie viel kmh beschleunigt wird. 145, das sind 88 Meilen pro Stunde. 140. 140. Und entschuldigt sich dafür, dass er nicht maßstabsgetreu sei, weil er zu wenig Zeit gehabt hat. Schon okay, Doc. Aber das willst du zum Beispiel auch nicht, dass er jedes Mal sagt von denen, es tut mir leid, es ist nicht maßstabsgetreu, ich hatte nicht genügend Zeit. Eiswürfel? Das hatte ich, genau. Du hast einen Eistee, du hast einen Kühlschrank gebaut. Eistee? Wo waren wir? Nach der Jungfernfahrt der Zeitmaschine im ersten Teil, das fand ich auch interessant. Mit einem? Genau, im ersten Teil und ihrer Zerstörung im dritten Teil ist jeweils zu sehen, wie das Nummernschild noch kurz auf dem Boden auf einer Ecke rotiert, bevor es umkippt. Und ich dachte, das wäre nur einmal zu sehen. Das Out of Time. Genau. Das ist witzig, bei Rocket League habe ich den Lorien gekauft. Ach so. Bei dem Spiel. Und er hat auch das Out of Time Nummernschild. Ah, cool. Übrigens, da ein witziges Detail, was ich auch ewig verpasst habe bis zum Audiokommentar. Ähm, wenn er, wenn er der Lorien die Zeitreise macht, ist er heiß, wenn er zurückkommt, ist er kalt. Das, das steht hier halt auch drin. Genau, also, das geht immer so ein bisschen an einem vorbei, aber er geht mit Flammen raus und kommt zugefroren wieder. Genau. Zudem leiht sich Marty im ersten und im zweiten Teil den Roller eines Kindes, im zweiten Teil ein sogenanntes Hoverboard. Ist okay, ich habe jetzt ein Killerboard. Während er von einem Tenon flieht und nimmt den Lenker des Rollers ab, damit er ihn als Skateboard benutzt kann. Die Firma Staedtler ist auch zu allen Zeiten in Hill Valley präsent. 85, 1885 als Pferde- und Kutschenhändler. Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. 1955 als Staedtler Motors Studebaker. 1985 als Staedtler Toyota. So wie 2015 an derselben Stelle als Pontiac Sales Hover Conventions. Wir, wir bauen ihr reguläres Auto in ein Hovermobil um zu den günstigsten Preisen. Das Beste, finde ich, ist, dass die Automarke Pontiac schon 2010 aufgelöst wurde, was aber 1989 nicht bekannt war. Da gibt es ja so ein paar. Also, ganz krass war es bei Blade Runner, bei dem Blade Runner-Fluch, wo Firmen wie Atari oder so die größten Firmen der Welt waren, im ersten Blade Runner, die alle kurz danach pleite waren. Ich glaube, die einzige, die überdauert, den Blade Runner-Fluch überdauert hat, ist so eine Firma, vielleicht hast du schon mal von denen gehört, Coca-Cola. Die kam da auch vor. Ja, ich meine, mit so ein paar Vorsehungen fürs Jahr 2015 lagen sie ja daneben. Also, zum Beispiel, wie sehr man sich auf Fax verlässt. Und wir wissen ja heute, wir haben ja nicht in jedem Raum Fax. In der Regel zwei Faxgeräte pro Zuhause. Aber Fax ist immer noch wichtig, wenn du irgendwelche bescheuerten Verträge kündigen willst. Oder Scherzfaxe. Oder Scherzfaxe. Nee, aber ich meine ehrlich, alle möglichen Telefonanbieter, Mobilfunkanbieter, Internetanbieter und sowas, wenn du da kündigst, ja, schicken sie uns das. Oder per Fax. Also maximal komplex aufgebaut, dass du sagst, ja, weiß ich doch nicht. Faxen sie halt, wenn wir die Taube nicht kriegen gegen Blaustunde heute Abend am Master. Faxen ihnen einfach ein You Are Fired zu. Genau. Nudels. Pass auf, das finde ich interessant. Das fand ich an den, ich passe auf, an den anderen Geschichten noch interessant. Ja, er hat zwar jedes Mal einen der Tennant-Familie als Gegenspieler, Marty, aber nicht in seiner eigenen Timeline. Nein, ich meine, wäre es nicht eigentlich logisch, wenn er auch einen Bully wie Biff hätte in seiner Schule? Ach so, du meinst, dass er halt... Also, es gibt so eine interessante psychoanalytische Theorie dazu von James Bordwell, der Filmtheoretiker ist, der viele populäre Filme aus den 80ern analysiert hat. Und der andere auch stirbt langsam. Und so viele Aspekte davon, was die 80er kulturell bewegt hat in den USA, sieht man auch an Back to the Future. Es gibt so eine populäre Theorie, namens die Abwesenheit des Vaters. Ach, das hast du mir erzählt. Genau, wo es darum geht, dass starke Vaterfiguren in den 80ern fehlten. Weil du hattest davor die Generation, wo die Vaterfiguren in den USA siegreich aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen sind. Und das war jetzt die Generation, wo die Väter in Vietnam waren. Okay. Und nicht wieder kamen oder wenn halt geistig feiern. Ja, und nicht siegreich. Also, die USA haben den Krieg ja zurückgezogen. Ein bewaffneter Konflikt. Und das sieht man halt in vielen Filmen. In Stöp langsam ist es auch so ein bisschen drin. Er ist ja nicht so die klassische Heldenfigur. Das wird er ja irgendwie skurrilerweise erst in den späteren Teilen. Und das ist bei Martin McFly auch so. Ihm fehlt ja die Vaterfigur. Er setzt ja quasi... Also, er macht ja seinen Vater erst zum Mann. Das ist das Verschließende, dass er von vornherein diese Vaterenergie hat, um seinen Vater, der halt da plötzlich die ganze Zeit so eine Sohnfigur für ihn eigentlich, vor allen Dingen in der Vergangenheit hat, ihn dazu zu bringen, halt dann endlich diese Stärke zu beweisen. Das Einzige, was bei Martin sich ja verändert, ist halt, dass er nicht mehr so sprunghaft auf Provokationen reagiert. Also, dass das halt so ein bisschen sich beruhigt und er halt zu seiner väterlichen Figur noch entwickelter ist. Also, noch eine Spur weiser zum Schluss. Und das ist ja halt... Also, da gibt es auch... Der Begriff ist irgendwie der falsche Vater. Und da gibt es halt zwei Versionen davon. Nämlich einmal das Weichei, der Waschlappen, also was halt dann... Wie heißt denn sein Vater? George McFly. George, ja. Genau, was George ist. Und auf der anderen Seite der Tyrann, was Biff ist. Okay, aber... Doc Brown ist auch noch ein interessanter Fall. Aber Doc Brown hat auch eine Vaterfigur, oder nicht? Ja, aber der ist noch ein interessanter Fall, weil der halt eigentlich so asexuell ist. Also, dem fehlt quasi die sexuelle... Wie überhaupt die Zeugungsfähigkeit. Naja, aber im dritten Teil wird er doch ganz klar... Ja, aber was sagt er zu den Kindern? Hä, zu den Kindern? Ja. Wieso zu den Kindern? Welche Szene denn? Ähm, er hat doch, am Ende hat er doch Kinder, Jules und Verne. Ach so. Die hat er aus der Zukunft geholt, weil er nicht warten konnte. Echt? Ja. Okay, ich dachte, er wäre in der Zukunft gewesen. Nee, das ist, also, ich meine, das ist halt, wie sagt er, so eine psychoanalytische Lesart von solchen Filmen, immer mit Vorsicht zu genießen, was steckt da. Das ist okay, aber er sagt jetzt nicht, ich habe meine Kinder aus der Zukunft geholt. Doch, das sagt er. Ich dachte, nein, er sagt doch, ey, wir waren gerade in der Zukunft. Ich glaube, er... Weil er meint von wegen, er fragt doch, wo geht es hin in die Zukunft? Ja, genau. Da bin ich schon gewesen. Genau, sie waren gerade in der Zukunft, aber das ist... Aber er sagt ja nicht, da bin ich schon gewesen und habe meine Kinder geholt. Ich meine schon. Nein. Er sagt ja nur, da bin ich schon gewesen. Nein. Ich schaue es mal nach, aber ich meine, er hat die Kinder auch geholt. Also, er sagt irgendwie sowas wie... Aber er thematisiert es nicht. Doch. Nein. Da würde ich drauf wecken. Naja, gucken wir. Ne, ich bin mir relativ sicher, aber er holt die Kinder, oder was auch mal, aber ich meine, für ihn ist ja die... Schaust du jetzt auf YouTube nach? Ne, ich wollte nur... Die Dialoge stehen ja auch drin. Ah, okay. Und er... Also, für Doc Brown ist die Reise ja irgendwie überhaupt was mit einer Frau was anzufangen. Also, deswegen ist er halt auch keine komplette Vaterfigur. Deswegen muss Marty halt quasi sein eigener Vater sein. Ja. Und seinen Vater ersetzen. Und zusätzlich, was noch halt drin ist, wo du heute halt sagen würdest, ne, ein bisschen Racial Appropriation, dass so die weißen Vorstadtkinder durch Back to the Future quasi legitimiert sind, denn wir haben ja eigentlich Rock'n'Roll erfunden. Weil er das ja Marvin Gaye beibringt. Ja, ja, ja. Weil das sind ja halt so Sachen wie Jazz, Rock'n'Roll und Hip-Hop, die ja alle so von der weißen Vorstadtjugend angenommen wurden. Genau, und er bringt der Band und damit Marvin Gaye, glaube ich. Ja, ja. Ist das Marvin Gaye, ist der Kusam am Telefon, ne? Genau. Marvin, Marvin, hör dir das mal an! Genau, und ihm bringt er ja dann quasi Rock'n'Roll dadurch bei. Das heißt, es war nicht die schwarze Widerstandsbewegung, die sich Rock'n'Roll zur selbstverwirklichung, zur musikalischen Selbstverwirklichung angenommen hat, sondern es waren doch die weißen Vorstadtkinder. Geschichte neu geschrieben. Naja, Marty bringt ja halt auch den schwarzen Bürgermeister von Hill Valley erst dazu, Bürgermeister zu werden. Also der weiße Junge, der ihnen sagt, er wird Bürgermeister, Bürgermeister, gute Idee. Ja. Ja, also ich meine, das ist da drin. Und was halt auch so eine kulturelle Dominante ist in den 80er Jahren, ist, dass die Amerikaner Angst haben, durch die Japaner ersetzt zu werden. Das fällt im dritten Teil so in einem Nebensatz. Alle gute Technologie kommt aus China. Oh mein Gott. Was war der Japan? Jetzt aus China. Ne, jetzt nicht alle gute. Jetzt kommt alle Technologie aus China. Irgendwo sonst kann man es sich leisten, noch irgendwas herzustellen. Genau. So, habe ich sonst noch irgendeinen interessanten Trivia-Fact? Ich finde, hast du eigentlich damals gemerkt, dass George und, wie heißt seine Mutter? Lorraine. Lorraine. Auch junge Schauspieler waren? Wie auch junge? Ne, die sind ja das Alter von Michael J. Fox. Ja. Und Biff ja eigentlich auch. Also Lorraine ja. Weil ich habe das damals, ich habe es als Kind gesehen, wahrscheinlich mit sieben oder so zum ersten Mal. Ja. Das ist mir nicht aufgefallen. Okay. Also für mich war das Make-up überzeugend genug, dass die als alt durchgingen. Übrigens auch, das vielleicht noch, Crispin Glover kommt nur am ersten Teil vor. Der war? Der Vater, George McFly. Hä? Aber im zweiten? Im zweiten Teil ist es ein Dubel mit einer Maske, damit er so aussieht und er hängt die ganze Zeit kopfüber, damit man es nicht richtig erkennt, dass er das nicht ist. Stimmt, im zweiten, bleibt er ja im Jahr 85, äh, im 55 hängen. Genau. Und das hat dann den Golfunfall gehabt in der Zukunft, deswegen hängt er da diesem komischen Rückending. Und da gab es auch einen riesen Prozess davon, dass halt nicht die Studios, sondern die Schauspieler das Recht an ihrem eigenen Bild haben. Und seitdem kommt das mal mit in die Verträge, dass die Schauspieler das Recht am eigenen Bild aufgeben für den Film. Krass. Oder für das Franchise. Der hat sich wohl offensichtlich auch richtig mit Zemeckis in die Haare gekriegt, also eine Gagenstreiterei, stand da im Vordergrund, aber er hat sich auch tatsächlich mit Zemeckis darüber gestritten, dass er und Lorraine dann reich sind. Und dass sie deswegen glücklich sind. Also ihm war das halt total wichtig, weil er wird ja dann Autor und dann haben sie ja Geld. Und davor, also in der, im 85, ja im Jahr 85, in dem es startet, ist Biff ja der Boss von George. Ja. Und im 85, in dem es endet, ist Biff quasi der Hausangestellte von George. Und George McFly, also der Schauspieler Crispin Glover, fand das ein bisschen seltsam, dass die Moral der Geschichte ist, wenn du Geld hast, bist du glücklich. Mhm. Weil ihm... Aber ich meine, das ist doch das Ding der 80er gewesen. Ja, ja, natürlich, aber das war wohl ein Riesenstreit. Okay. Und die haben ihn mehr oder weniger... Ja, ich meine, ja, gut. Aber, ja, ich meine, genau, das war eine 80er-Jahre-Fantasie. Ähm, ja, in der Biff dann auch, also ich bleibe jetzt bei Baudelaire, auch als der Schwarze konnotiert ist. Als der Schwarze Hausangestellte. Ähm, oder so die Parodie des Schwarzen aus den 50er-Jahren. Äh, also habe ich sonst noch irgendwas, während du hier durchscrollst? Ja, also ich kann ja, ich kann ja, ich kann ja sagen, ja, ähm, 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 ich persönlich finde den zweiten am besten. Ich glaube aber, der rundeste Film ist der erste. Ja, ja, ja. Also ich fand, ich fand damals, fand ich, das ist so ein bisschen wie, ähm, also kann man nicht direkt vergleichen, aber so ein bisschen... Äh, nee, das stirbt langsam. Also die ersten drei. Ja. So, die waren ja ziemlich dicht. Oh, warte, nee, der letzte war jetzt, also der dritte war ja... Ja, okay, der kam schon spät, ne? Dritte stirbt langsam. Ja, der hat schon gedauert, ne, im Vergleich zum ersten beiden. Ich glaube, ja. Also die ersten beiden waren ja noch 80er und der dritte war doch schon irgendwie 92, 93. Ja, die beiden noch 80er? Ist nicht der erste von 88? Echt? Ich glaube ja. Okay. Wir können das nicht prüfen. Wir hatten ja schon mal eine Folge, oh Gott, naja. Ne, und da habe ich halt immer ganz... Das war vor 20 Folgen. Da habe ich halt irgendwie immer gesagt, ja, der erste und dann der dritte und der zweite, den fand ich halt irgendwie blöde und dann fand ich den zweiten immer so super. Sodass er halt einfach dieses Prinzip vom ersten wiederholt, dass sie halt nur an einer Location waren und sowas. Und das, und da habe ich jetzt immer gedacht, jetzt bei dem, früher habe ich immer gedacht, der zweite, da war es halt als Kind definitiv der zweite, es stirbt langsam, der zweite Zurück in den Zukunft Teil, den fand ich halt total geil. Ich glaube auch einfach, weil dieses, dieser Event, dieses Blockbuster-Ding, dieses Sci-Fi-Ding, dass du dann plötzlich in der Zukunft bist und alles fliegt und so ein Quatsch und die ganzen kleinen Gimmicks so, die Pepsi, die aus dem Boden rauskommt und hydrierte Pizza und sowas. Genau, die wir jetzt haben, genau, die hydrierte Pizza, der sekundengenaue Wetterbericht. Genau. Ein Gerichtssystem ohne Rechtsanwälte. Ja, all sowas. Und dann war es dann halt irgendwie, ja, wie du sagst, schon so, ach, dieses, ja, die eins, ist halt eh mal Kult und dann halt irgendwie sich mal so der drei hingeben, versuchen da so, so das zu verfolgen, obwohl das Ganze schon irgendwie wirkt so von wegen, lass mal hier so einen Abschluss finden. Also aber auch schon im Film und nicht halt irgendwie zum Schluss oder sonst was, sondern im Film hast du schon das Gefühl, das ist jetzt halt die höchste Stufe. Also normalerweise ist jeder außer Marty in seiner Zeit und in der dritten ist halt nicht nur Marty nicht in seiner Zeit, sondern Brown auch nicht in seiner Zeit und dann weiß sie ganz genau, da muss halt irgendwie was geschehen. Da wird es halt nicht so von wegen, beide kommen wieder zurück ins Jahr 85 und alles ist cool, sondern das wird halt irgendwie sich anders lösen, beziehungsweise kommt dann hier halt auch so durch, dass Brown einfach sich problemlos aus dem Jahr 85 lösen kann. Weil ihn hält ja nichts, aber seit 30 Jahren auch. Weil halt irgendwie sein, ja, Marty halt so alles ist. Der ist halt Familie, bester Freund, Sohn, alles und er weiß, er kann ihn jederzeit besuchen mit seiner Zeitmaschine. Aber sonst ist halt einfach für ihn das Jahr uninteressant, beziehungsweise auch, er ist halt auch so autark die ganze Zeit. Er ist halt immer in seiner Welt, auch im Jahr 1955, wenn er ihn da besucht und auch immer in diesen großen Anwesen, also man sieht ja dann irgendwie nachts, wenn er auf die Auffahrt da raufkommt und der Doc ist zwar in seiner Scheune, aber trotzdem steht da dieses große Haus, so was hier überhaupt nicht bespielt wird, sondern es ist ja nur diese kleine Scheune, wo er da rankommt und diesen riesigen Art Helm auf dem Kopf hat, wo er dann ihm dann diesen Saugnaff an den Kopf knallt und sagt, sag nix! Du bist hier, um mir eine Zeitung zu verkaufen! Nein! Still, still, still! So was und, äh, weißt du was das heißt? Das heißt, dass dieses Ding nicht funktioniert! Genau, Howdy Doody Time! Und das ist halt auch... Was ist eine Wiederholung? Also wenn man den Doc für sich in den ersten beiden Teilen so betrachtet, dann ist es halt immer eine traurige Figur, die ja nach was sucht und er gibt sich halt immer so ein Halt in der Wissenschaft und Marty ist halt so ein Beiwerk, aber er ist halt nirgendwo etabliert und im dritten Teil, wenn man den anders betrachtet, so, dann findet er endlich auch mal, was so wichtig ist, halt die Liebe innerhalb einer anderen Zeit, aber er findet halt das. Das halt, Marty, von Anfang an hatte er das. So, und seine Eltern hatten das halt auch bloß, da war es halt nie so eine, so eine große Kraft, also im ersten Teil, bevor sich nichts geändert hat, da war der Vater halt so ein Schlappsponsor und die Mutter hat das kompensiert halt mit... Nicht so eine große Kraft, würdest du sagen? What's the power of love? Nice. Und die Mutter war halt dann irgendwie, die das kompensiert hat mit Alkohol und ungesundem Essen und sowas. Das ist ja auch total lustig, dass in einer veränderten Welt dann 85, wenn er wiederkommt im ersten Teil, halt beide halt auch ein bisschen schlanker sind und beide kommen gerade vom Tennis. So, das halt auch mal so einführen, so von denen, wir lieben uns, sind zusammen und Mama ist nicht mehr fett, was sagst du jetzt? So, das ist halt dann auch so ein Ding. Das höchste Glück der 80er Jahre, nicht mehr fett sein. Und im zweiten Teil ist es, dass genau das gleiche Paar dann irgendwie erst golfen und hat sich beim Golfen den halben Körper ausgerenkt und darf jetzt in so einer geilen Hängevorrichtung, die ich ja echt geil finde. Das ist halt so ein Ding. Das würde ich auch sofort kaufen. Also, weil wir oft denken, wir sollen jetzt nochmal aushängen und seitdem ich halt diese Wohnung habe, wo überall Pappwände stehen und ich halt keine richtige Haken an der Wand bringe, ist es halt so, dass ich mich nicht mehr so aushängen kann wie früher. Und das ist halt so, oder das ist halt echt so eine Erfindung, wo du denkst, ja, jetzt nochmal so eine Drohne mit ein bisschen mehr Power, die halt so ein paar Stunden hält und dann einfach nur mal anheben. Einfach nur mal schön anheben. Kannst du eh nie länger als zehn Minuten machen, aber häng nicht mal zehn Minuten aus. Das wäre schon ganz cool. Ja, wenn überhaupt, mir reicht es schon ein bisschen kürzer, ehrlich gesagt. Aber, ja. Ich würde es ja hier am Baugerüst machen, aber ich trau dem einfach nicht. Was? Also, ich meine, wenn der Wind hier gegen braust, dann wackelt es ja schon. Ich glaube auch, was mich am zweiten Teil echt immer auch getroffen hat, ist das Ende des zweiten Teils. Dass du denkst, ist alles gut und er kommt wieder? Sie, Marty McFly? Nee, wenn der Dock durch die Zeit gejagt wird von dem Blitz, von dem Blitzeinschlag im DeLorean. Ach, das ist Ende vom zweiten Teil? Sagst du? Ah, okay. Genau. Das ist Ende vom zweiten Teil. Und er bringt ihm den Brief. Wir hatten den über 70 Jahre bei uns. Wir haben schon Wetten abgeschlossen. Ich schätze, ich habe verloren. Das fand ich halt, ich habe jedes Mal auch gedacht, als er den aufmacht und dann sieht man, glaube ich, Tinte oder sowas und er den in den Regen vor den Scheinwerfer hält und es spült quasi sofort weg. Und ich dachte, nein, 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 das darfst du nicht machen. So die Einzelinformation, die du vorhin immer hast mit dem Plan und sowas. Your friend in time. Aber das ist echt so, dass das Ende, natürlich gibt es halt nur zwei Enden, von denen es fortgeführt wird, aber das ist halt so das spannende Ende. Ja, genau. Und das hat mich, der Brief ist auch einfach so toll geschrieben. Ja. Da ist halt auch, also ich finde, der dritte Teil hat auch eine viel höhere Note am Anfang als die erste und zweite so. Weil der zweite ist dann so ein nahtloser Übergang von wegen, zack, geht halt weiter und dann wird erst mal alles erklärt. Und beim dritten weiß man, bevor er losgeht schon, der Doc ist gefangen im Jahr 1885. Und da ist er jetzt. Das heißt, im zweiten Teil wird ja anfangs erst erklärt, warum. Beziehungsweise, nee, weil am Ende des ersten Teils ist es doch schon wie, schau, was mit deinen Kindern passiert. Oder ist das erst, dass er es im zweiten Teil sagt? Nee, er sagt es am Ende des ersten Teils. Er zeigt es nicht explizit, aber er sagt, nimm Jennifer mit, das geht sie auch etwas an, das geht um eure Kinder. Ja, sowas. Aber ich finde halt, die Not ist im dritten am größten am Anfang. Und deswegen finde ich den Anfang vom dritten halt auch sehr gut. Ist trotzdem noch nicht so gut wie der erste, weil er erst etabliert hat er erst mal alles. Auch sehr viele Klischees mit den Terroristen. Und der erste ist halt auch strukturell so perfekt. Also es gibt halt diese strukturalistische Drehbuchschule von Sid Field, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Der hat einfach so, also ganz klar nach einem gewissen Schema, so fängt der Film an. Hier muss der erste Plotpoint kommen, nach so vielen Minuten der Midpoint etc. Und auf die Schablone kann man Back to the Future den ersten Teil drauflegen. Das passt. Es ist auch dieses von wegen, das ist unser Held, was haben wir vor? Das machen wir, was haben wir gemacht? Diese drei? Ja, genau, die Heldenreise. Okay, ja. Genau, also wenn er am Ende, wie heißt das, The Deepest Cave oder The Darkest Cave, wenn er am Ende dort noch zu verschwinden droht und so Sachen, also das Back to the Future passt da halt perfekt drauf. Das ist halt einfach der perfekt durchstrukturierte Blockbuster, wo man auch wirklich einfach nichts ändern kann. Er ist halt auch irgendwie, er bedient natürlich auch ein paar harte Klischees, also allein die Terroristen am Anfang, was waren das? Libya. Libya, genau. Oh Gott, die Libya. Sie haben mich gefunden. Sie haben mich tatsächlich gefunden. Sie haben mich gefunden. Ja. Wo er den Bomber aus alten Flipper-Teilen zusammengebaut hat, weil sie grundlegend ja erstmal technologische Tal befreit sind. Ja, genau, das ist auch so ein schwelender Konflikt der USA in den 80ern mit Libyen und der Ölkrise. Also, wie gesagt, was die Propkultur angeht und das ist ja schon ein eher konservatives Bild. Sie reden ja auch mehrfach über Reagan. Du hast ja das Schauspieler, der kann doch nicht Präsident werden. Ronald Reagan, der Schauspieler? Da habe ich auch gleich noch was zu sagen, versuchen wir mich daran zu erinnern. Da fragt er doch noch, und wer ist Vizepräsident? Daffy Duck oder irgendein, da gibt es auch noch irgendwie so ein Ding so. Ja. Ja, stimmt. Wer ist denn eigentlich dieser im Jahre 1955, der den Bruder von Lorraine spielt, der da mit seiner Fehnlein-Fieselschweif-Mütze da sitzt? Das ist doch auch ein bekannter Kinderstar, oder? Echt? Ach, wer das als Person ist? Nee, ich meine, sonst taucht der ja nicht mehr... Das ist doch der Knastbruder Joey, oder? Genau, irgendein Onkel im Knast hat, ja. Gewöhn dich schon mal dran. Ja. Ja. Nee, warte, der Onkel sitzt im Knast, ja. Aber das ist doch nicht der, der 1885 geboren wurde. Nein, 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 das ist der Vater von George, muss es gewesen sein. Weil da sagt er von wegen, der will nicht aus seinem Babygitter raus, gewöhn dich schon mal dran. Ach nee, die hatten ja zwei Brüder. Ja. Das sagt er am ersten Teil, stimmt, es gab den ganz klein. Nein, aber genau, und der Mittlere wird nicht thematisiert. Es wird der Knastbruder Joey thematisiert, aber der, der am Tisch sitzt und halt einfach diese Stimmen der Fieselschweifel, der ist nicht existent im Gespräch so, der ist halt buffts. Bei einem Unfall gestorben, 1965. Ja, und die Figur, also der Schauspieler, der Junge, der hat, glaube ich, so ein paar Kinderdinger danach gemacht, weil er halt immer dieses leicht aggressive, böse, nervige Gesicht hatte, der dann halt irgendwie gerne mal so, also jetzt nicht hier der Satansbraten oder sowas, das war auch eine schlimme Produktion, ein Satansbraten, ein Satansbraten. Boah, John Ritters schlimmste Rolle. Ist das der Kind, das ist der Satansbraten? Nee, der Vater, John Ritter. Ich hab den nicht geschrieben. Der aus Herzbube mit zwei Damen, der den Vater von J.D. bei Scrubs spielt. If you're not on my door. Come on, I'll be waiting for you. Ja. Ich hab was Interessantes zum zweiten Teil, was Trevor Noah gesagt hat, neulich. Der zweite Teil ist ein bisschen, also mit dieser Alternativen, mit dem Alternativen 85, in dem Biff korrupt und mächtig ist. Den Trump. Genau, genau, wo Trevor Noah neulich in der Show treffend gesagt hat, so der Begriff Darkest Timeline, der hat sich dafür so ein bisschen etabliert und Trevor Noah meinte, wir leben in dieser Darkest Timeline. Wir leben in diesem, also es gibt ja immer, du reichst dann in so einem Film in so ein düsteres Paralleluniversum, wo irgendein Schwachsinn schiefgegangen ist und wir leben in diesem düsteren Paralleluniversum. Das Schlimme ist, wir merken es gar nicht. Ja, ich mein, die Leute, die Biffkos Ölfirma unterstehen, merken es auch nicht. Billy Zane zum Beispiel, bevor er auf der Titanic gestorben ist. Stimmt, der Bösewicht. Oder Elijah Wood. Der hat noch Phantom gespielt, ne? Ja, das Phantom des Dschungels. Lord of the Jungle, the hero who stalks, the beast's golden brother, the ghost who walks. Nein. Defenders of the Earth. Ich habe nie gehört. The ghost who walks. Das Phantom aus der 20er Jahre. Pulp Hero. In dem Film kämpft er gegen Xander Drax. Fängt mit einem X an, hört mit einem X auf. Nice. Ja, aber der ist im Ersten und Zweiten, glaube ich, im Dritten spielt er nicht mit. Aber im Ersten und Zweiten ist er einer aus, oder vielleicht noch im Zweiten, einer von Biff's Handlangern. Wirdst du eigentlich nochmal? Eine Hose anziehen? Nicht unbedingt. Ich habe, ich habe... Fun Facts. Warte, ich habe noch einen. Ja, hause raus. Hose aus. Wenn der DeLorean vom Blitz getroffen wird und das Jahr 1885 zurückreist. Müsste er ja eigentlich 88 Meilen pro Stunde gemacht haben. Mhm. Hat er auch. Und das sieht man an der Feuerspur, der er im Himmel hinterlässt. Nach dem Blitzschlag dreht er sich nämlich rasant um die eigene Achse. Und dadurch schafft er die Geschwindigkeit und wird zurückkatapultiert. Hast du mal erzählt. Und deswegen sollen so ein Kringel sein. Genau, genau. Das sind diese Kringel. Das ist mir auch nie aufgefallen. Ich habe auch nie darüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Für mich hat der Blitzeinschlag als Erklärung absolut gereicht. Ich hatte halt immer so das gedacht, dass sie halt einfach die Spur zeigen wollen. Und wenn sie halt in den Himmel so reingeht, dann hätten sie keinen langen Strich. Dann hätten sie ihn senkrecht gemacht. Dann wäre es bizarr, weil er waagerecht stand in der Luft. Und deswegen habe ich gedacht, machen Sie einen Kringel, damit man was sieht. Aber ich habe halt nicht gedacht, weil dann hätten sie ja kurz so sowas. Also das hätten sie andeuten können. Aber das haben sie nicht am Ansatz gemacht. Ich glaube auch, dazu fehlte wahrscheinlich die Technologie, das Modell so schnell zu drehen. Einen habe ich noch. Nämlich, dass eigentlich der Komponist Alan Silvestri, der den berühmten Soundtrack gemacht hat. Der derzeit auch den Avengers-Score gemacht hat. Avengers. Das ist erstaunlich ähnlich. Avengers. Avengers. Der sollte eigentlich gar nicht die Musik machen. Also Steven Spielberg war dagegen. Der sollte Marty spielen. Ja. Er war der zweite Marty, der dann ersetzt wurde von Michael J. Fox. Steven Spielberg war dagegen, so einen unerfahrenen Komponisten bei so einem Blockbuster zum Einsatz zu bringen. Und deswegen hat Robert Zemeckis einen Rohschnitt erstellt mit der Musik von Silvestri. Hat aber Spielberg nicht gesagt, dass es Silvestri ist. Sondern ihm gesagt, dass es Sachen sind, die er aus anderen Filmsoundtracks druntergelegt hat. Und Spielberg meinte, ja, ja, genau sowas. Und dann meinte Zemeckis, ja, ja, das ist schon mein Kumpel Alan Silvestri. Die übrigens häufiger zusammengearbeitet haben. Also Beowulf, so ein Film, den Zemeckis gemacht hat, wo ich auch weiß, da ist der Soundtrack von Silvestri. Guter Soundtrack. Hat er ihn als Produzent, Autor oder Regisseur gemacht? Als Regisseur und ich glaube, als Produzent, Robert Zemeckis hat ja viele Filme gemacht, wo so ein bisschen 3D-Technik und auch Kameratechnik im Vordergrund waren. Also Back to the Future ist ja auch ein, was man ja heute gar nicht mehr sieht, aber das sind ja nahtlose Übergänge zwischen den Sachen, wo die Schauspieler zweifach im Bild sind. Und das ist keine statische Kamera. Also Michael J. Fox zum Beispiel, der zweimal im Bild ist, Biff, der zweimal im Bild ist, ich habe keinen Namen, den Schauspieler vergessen. Und die Kamera bewegt sich. Und halt damals revolutionär, sowas zu machen. Und später hat er es auch gemacht für das, was du mir neulich als Bild geschickt hast, Der Tod steht dir gut. Was ja auch, ich meine, diese Löcher, die sie im Körper haben und auch die Kamera bewegt sich. Also es war ein Riesenaufwand, sowas zu machen und sowas hat Zemeckis immer gemacht. Also es ist halt so ein Timing-Ding wahrscheinlich, so ein Mörder-Timing-Ding. Ich glaube, die Kamera ist einfach programmiert auf dem Motor. Also würde ich jetzt mal sagen. Okay. Also heute würdest du es so machen. Also ich würde es heute so machen. Und Zemeckis hat halt viele Sachen wie Airplane, glaube ich, heißt er. Airplane, der lustigste Film aller Zeiten? Ah ne, nein, das ist doch nicht Airplane. Wie heißt er denn? Wen meinst du jetzt? Denzel Washington spielt einen zugekoksten... Snake on a Plane! Ne, spielt einen zugekoksten Piloten, der eine Maschine vom Absturz rettet. The Movie. Ach so, ja, ja, ja. Flight, Flight, glaube ich. Der total gut ist. Also Zemeckis hat ja viele... Forrest Gump ist ja auch von ihm. Der hat einfach ganz viele tolle Filme gemacht. Und ist einfach nicht irgendwie nicht so ein Riesenname. Ja, das... Aber immer eine sichere Wette, ein Zemeckis-Film. Also auch der über Philippe T. Nicht über unseren Philippe T. The Lift war der erste Kurzfilm von ihm. Wurde der erste Film generell als Autor und Regisseur. Über die, über den Uber-Konkurrenten Lift. Mit Y. Er hat Drehbuch bei Zurück in der Zukunft in allen Teilen gemacht. Und Regie auch in allen drei Teilen. Und ich glaube... Er ist Produzent von Haunted Hill. Oh, nee, 13 Geister. Oh, Ghost Ship, diesen Scheiß. Polar Express. House of Wax. Allied. Vertraute Fremde. The Walk. Nee, eigentlich wollte ich über die... über die... na... die Produktplatzierung quatschen, was da halt alles passiert. Ah, Pepsi. Zum Beispiel, genau. Eine Pepsi ohne. Ohne zu bezahlen? Dann trinkt er doch noch ein Wasser. Pepsi vor allem. Im ersten Teil wird Martin, Mutter vom 15-Need, Kevin Klein genannt, der diesen Namen auf seiner Unterhose gelesen hat. Und zu Beginn fährt ein Toyota-Pickup an die Flur. Weil stimmt das? Hinten fett Toyota-Pickup-Raum. Deswegen nennt man mich auch... den Messi. Antonio Rossi. Antonio Rossi, genau. was an ihm vorbei, was er mit den Worten hast du diese Superkiste gesehen, kommentiert, was er quasi schon gleich so mal im Werbespot... Am Ende des ersten Teils, so wie am Anfang des zweiten Teils, steht der gleiche Pickup in der Garage von Martys Eltern. Weitere Beispiele sind eine Tankstelle, erster Teil, und ein Werbespot, zweiter Teil, der Firma Texaco. Der Camcorder, auf dem deutlich der Markenname JVC zu sehen ist, die Pizza hat, Pizza im zweiten Teil, die erste durch ein Gerät, die erst durch ein Gerät von Black & Decker hydriert wurde. Das wusste ich gar nicht. Black & Decker, Black & Decker, Black & Decker, Black & Decker, zu vollem Größe heranwächst oder diverse Schilder von Burger King und Pepsi in den ersten Teilen 1 und 2. Ebenfalls in den Teilen 1 und 2 bestellt Marti in der Bar eine. Pepsi-Cola benutzt in Teil 2 ein Hoverboard, ein futuristischer Atmosphäre. Genau, von Mattel. Weiterhin tragen Marti und andere Figuren Nike-Sneaker als ungewöhnliche Produktplatzierung wird im dritten Teil von einem Jahrmarkthändler ein Peacemaker-Cold, ein euphemistische Bezeichnung. Von Cold? Deutsch-Friedenstifter beworben, was natürlich... 2015 hat Nike auch ein Sondermodell rausgebracht von den Sneakern, tatsächlich mit Powerlaschen. Was können die... Die limitierte, die sich selber zuschnüren. Also wie? Echt? Du gehst mit dem Fuß rein oder machen die... Ich glaube, du musst noch einen Knopf drücken, aber irgendwie so. Die sehen auf jeden Fall identisch aus. Mit den Powerlaschen bin ich mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Ich meine, die haben das schon. Aber die kosten Tausende von Dollar bestimmt. Ja, die waren ziemlich teuer. Also es war so eine limitierte Sneaker-Auflage halt. Aber schon geil, wenn du dir vorstellst. Ich meine, Mattel hat auch mal ein Hoverboard raus, was natürlich nicht schwebt, aber auch in dem Design rausgebracht. Das fände ich auch schon wieder geil. Das an der Wand wäre schon ziemlich stylish. Was? Das Hoverboard. Aber dann das, was er klaut. Das Mattel-Ding. Und nicht irgendwie das Monster-Board. Ja, genau. Auch in diesem 80er-Jahre-Design, dieses rosa-gelb, ein bisschen blaues, glaube ich, noch drin. Ja, stimmt. Generell finde ich ja, ist das ja halt auch immer eine gern genutzte Figur zum Fasching oder sowas, weil er halt so, abgesehen von den Details, halt ein ziemlich einfaches Kostüm anhat. Er hat ja diese Jeans-Hose, dann hat er eine Jeans-Jacke, eine rote Weste drüber. Die er von der Küstenwache hat. Genau. Und dann hat er doch, hat er ein T-Shirt nur oder ein Hemd. Ich glaube, ein weißes T-Shirt. Ja. Und dann später, genau, da heißt es doch, als er wiederkommt, also im zweiten Teil im Jahr 1955, hier hast du Geld, kauf dir irgendwas, mit dem du nicht auffällst. Und er hat doch dann diese schwarze Lederjacke und diesen Hut und die Sonnenbrille. Sieht halt aus, als ob aus Grease direkt aus dem Musical kommt so. Mit den facken Walkie-Talkies. Das ist ja der Running-Gag. So er sich da nicht auskennt, kauft der Doc ihm doch diese rosa-Western-Klamotte, damit er im Wilden Westen nicht auffällt. Genau. Meine Güte, wer hat dich so angezogen? Dann könntest du dich erschossen werden. Sieh mal das, Doc. Stimmt, wie er ihn dann so anzieht. Das Geile ist ja auch, dass er im Jahr zweiter... Quatsch. Im Jahr 1985 reist er ins Jahr 1885. Nee, von 1945 reist er nach 1885. Ja, meine ich ja. Und da reist er ja halt auf einem Autokinoplatz und fährt auch auf diese... Ja, genau, auf die... Also genau, auf diese Pappwand zu, wo da halt schon Indianer drauf gemalt waren. und meint er von wegen, ist doch irgendwie kurze Begründung, dass das halt eine der wenigen sicheren Stellen ist. Nein, nein, 1885 ist da nur leere Prärie. Genau. Und wie war nochmal die Geschichte, als er gesagt hat von wegen, ja, ein Bär wollte meinen Stiefel essen, dabei habe ich wohl den Hut verloren. Weil er hatte doch einen Hut. Und deswegen... Und wegen des Bären... Ich glaube, er wollte den Hut doch nicht aufsetzen, weil der Hut das ganze Kostüm nochmal schlimmer gemacht hat. Ja, genau. Ja, und dann kam er in den... Er hatte dieses komische... Mit diesen Flatterdingern das Hemd an und die Sneaker dazu und konnte die... Einen Hut hat er nicht getragen und die Schuhe hat der Bär. Die Höhle. Ist die Höhle nicht auch die Höhle, wo er im dritten Teil 1955 den alten DeLorean findet? Oder ist das eine andere Höhle? Ja, 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 klar. Also ich meine, aber das ist die Höhle, wo er auch 1800... Ja, der Doc hat ja gesagt, wo er die Höhle hinterlassen hat. Ja, aber ich meine, das ist auch da, wo er seinen... Ja, klar, da hat er ihn reingepackt, ja. Aber weil die halt in der kurzen Einstellung 1885, wenn er rückwärts sein DeLorean da reinfährt, ist das halt so eine kleine Höhle. Und im Jahre... Moment, Moment mal. Nee, eigentlich müsste es da doch zwei DeLoreans dann geben. 1885. Der eine, den der Doc da geparkt hat, den er dann aus 1955 mitnimmt, aber der müsste ja dann 1885 immer noch da an der Höhle stehen. Aber hat er nicht gesagt, der ist zerschellt irgendwo? Ja, okay, aber da müsste die Teile und alles geben. Aber das ist ein guter Punkt. Aber generell ist die Höhle aber auch irgendwie sehr, sehr mickrig. Also jedenfalls sieht das halt aus wie so eine ganz normale... Also von der Größe ist es halt eine Doppelgarage und fährt rückwärts rein. Im dritten Teil, wenn die am Anfang halt im Jahr 1955 erst mal am Friedhof sind und dann in dieser Höhle, um halt den DeLorean zu befreien, ist es halt eine tiefe, tiefe Höhle, wo sie dann irgendwann halt diesen DeLorean finden. Und da denkst du auch... Also ich meine, klar, du weißt ja halt nicht, ob die dann irgendwie später gesagt haben von wegen, wir bauen das halt noch aus und das wird halt irgendwie so ein Grubending und sowas. Aber dann hätten sie ja... spätestens dann, wenn sie diese Höhle... Den DeLorean finden müssen. Genau, zu sagen, ey, was steht denn hier? So, ach was, da macht mal tiefer das Loch. Wir schieben das, was auch immer das ist, rein und... Ja, das ist halt so, da hakt es gerade ein bisschen. Ja, okay. Okay. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Sachen, die ich noch kurz... was hältst du von dem, auch am ersten Teil einfach mega präsent, der Oedipus-Komplex. Au. Oh, ja, ja. Marty, ich meine, es ist ja ziemlich offensichtlich, dass seine Mutter sich an ihn ranmacht. Ja. Aber auch... Das hat auch so ein bisschen so einen Lolita-Touch, weil sie halt auch noch sehr jugendlich ist. Und es ist natürlich auch, man sieht ja, dass Marty offensichtlich widerstehen muss. Ja, und dann irgendwann ist es ihm ja auch so viel als... Ja. Marty, meinst du, ich hätte noch nie mit einem Jungen geparkt? Ja. Oh mein Gott, rauchen tust du auch? Marty, du klingst jetzt wie meine Mutter. Ja, ich meine, sie kriegen ja dann noch die Kobo aus, schon ganz schön. Ja, das ist auch ein bisschen weird, weil die halt auch irgendwie eine Hübsche ist. Ja, ja. Und dann denkst du so... Ja, ich meine, wie gesagt, nicht so umsonst der Oedipus-Komplex. Die Handlung des zweiten Teils sollte übrigens sein, dass Marty, ich glaube, zurück in die 60er oder 70er reisen muss, wo seine Eltern keinen Sex haben können, der soll seinem Vater auf der Uni dann Sextipps geben, damit er mit seiner Mutter schlafen kann. Obi, hey! Das haben sie dann geändert. Genau, das wird dann für Austin Powers 5 adaptiert. Ansonsten, was ich noch habe, Sachen, die zurück in die Zukunft sind, aber nicht zu den Filmen gehören. Du bist ja auch Fan der Telltale-Spiele, also The Walking Dead und Wolf Among Us und das Game of Thrones Telltale-Spiel, also so Entscheider-Abenteuer. Es gibt auch ein Back to the Future Telltale-Spiel, war eines der ersten von ihnen. Davon weiß ich nur sehr wenig, wovon ich ein bisschen mehr weiß, weil ich davon ein paar Folgen gesehen habe als Kind, ist die animierte Zurück in die Zukunft-Serie. In der... Ich habe sie nicht gesehen, weiß ich nicht. Kann man auch nicht sehen eigentlich, aber in der Doc Brown mit Jules und Vern und Miss Clayton... Wie, das wird weitergespielt? Ja, genau, es spielt nach der Serie mit Jules, Vern, Miss Clayton und Marty. Da ist er da, die Kinder sind eher der Fokus der Serie, also es geht eher um Jules und Vern, weil es halt auch an Kinder gerichtet ist. Und am Ende jeder Folge hat Christopher Lloyd eine Wissenschaftslektion erteilt. Das ist quasi der Mr. T des Milchtrinkens in der Wissenschaft. Ja, Kinder, tatsächlich, mit einer Zitrone könnt ihr einen Wecker antreiben. Und? Ich hätte jetzt noch was zum DeLorean. Okay, ich habe noch eine Info, das fiel mir eben nicht ein, jetzt passt es schon wieder thematisch nicht ganz so. Hau raus! Dass Michael J. Fox ja wirklich kurz eine Nahtoderfahrung hatte, als er gehängt wird in der Stadt. Ach, du meinst beim Dreh? Genau, weil irgendwas schief lief. Was, glaube ich, auch irgendwie teilweise Mitschuld ist an seinem Parkinson. Ach du Scheiß. Aber das ist ja auch super spät. Hirnschlag, weil er davon erlitten, weil er ein paar Minuten tot war. Beim Dreh? Beim Dreh, was keiner richtig geschnallt hat. Die haben nicht gemerkt, du trägst dir dann so einen Harnisch, an dem du hängst. Ein bisschen wie beim Klettern. Und da ging irgendwas schief, der war zu tief und der hing wirklich am Hals. Gott. Ey, das hört man so oft immer, solche Storys. Ja. Das ist, oh Gott. Was für ein? Und ich meine, ich meine, weil die halt auch einfach, also da müsstest du halt in dem Moment, wenn was schief geht, hast du ja nur ein paar Sekunden, bevor du bewusstlos kommst, bewusstlos wirst, weil du hast so einen maximalen Druck rechts, links, was dich halt, also du stirbst ja nicht durch Knack am Rücken, außer du wirst halt irgendwie fallen lassen. Ja genau, das ist nicht passiert, sondern er ist stranguliert worden. Und da hast du halt ein paar Sekunden, wo du merkst, jetzt wird es komisch und dann musst du halt so ein, du kannst ja nichts mehr sagen eigentlich, du musst ja jetzt so ein ganz klares Zeichen, keine Ahnung, Mittelfinger irgendwas, wo du sagst so und fuck, oh, ist das eklig. Keine schöne Vorstellung. Ach du Scheiß, ja. Gut, jetzt reise ich immer voll die Stimmung. Zurück zum DeLorean. Ja, Dr. Al Brown, wo führst du mal L? Boah, was sagten die es jemals? Baute die Zeitmaschine aus einem DeLorean DMC12, da er den Sportwagen als stilvoll empfand und er sich wegen seiner Karosserie aus rostfreiem Edelstein ideal für diesen Zweck eignete. Außerdem ist mit ihm leicht die erforderliche Sprunggeschwindigkeit von rund 140 kmh im Original und ab dem dritten Teil auch in der deutschen Synchronisation 88 Meilen pro Stunde möglich. Wenn man schon zurück durch die Zeit reist, dann eben mit Stil. Der Fluxkompensator ist das Kernstück der Zeitmaschine, der nach Browns Aussage Reisen durch die Zeit erst möglich macht. Er besteht aus einem grauen, rechteckigen Kasten mit drei länglichen blinkenden Glasröhrchen, die hinter einer Glasscheibe eben in 120 Grad Winkel zueinander angeordnet sind. Der Fluxkompensator ist an der Rückwand zwischen den beiden Sitzen im Fahrzeuginneren angebracht. Brown hat ihn am 5. November 1955 erfunden, als er beim Aufhängen einer Uhr in seinem Bad... Von der Toilette gestürzt ist. Genau. Wo hängt er denn die Uhr auf im Bad? Und unsanft im Kopf aufschlug. Der Begriff Fluxkompensator ist eine falsche Übersetzung. Der englische Originalbegriff Flux... Capacitor. Capacitor musste technisch und sprachlich korrekt mit Flusskondensator wiedergegeben werden. Auf der Zeichnung, der Doc Brown angefertigt hat... Bei Flux kann man schon bleiben. Flux ist ja Latein. Nachdem er von der Toilette gefallen hat, steht dagegen der englische Begriff Flux Compression. Das Gerät ist also eher zur Verdichtung des Zeitflusses entworfen. Der Begriff Fluxkompensator ist schnell in die deutschsprachige Popkultur eingegangen und wird seitdem manchmal scherzhaft für hochentwickelte, unverständliche und wunderverheißene Technik verwendet. Die Geschwindigkeit von 140 kmh reichte der DeLorean mithilfe der eingebauten Verbrennungsmotors mit bleifreiem Treibstoff, wobei im ersten Teil fälschlicherweise von Doc Brown behauptet wird, diese Kiste fährt elektrisch. Die für den Zeitsprung benötigten 1,21 Gigawatt Leistung werden durch einen Atomreaktor im Heck des Fahrzeugs bereitgestellt, der mit Plutonium arbeitet. Später wird dieser durch einen Fusionsgenerator... Mr. Fusion. Genau. Im Original Mr. Fusion Home Energy Reactor ersetzt dieses aus der Zeit, dieses aus der Zukunft entfliehende Gerät wandelt jegliche Materie, im Film stets Abfall, in Energie um. Ja, ja, ja. 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 Äh. Ähm. Wir sind jetzt bei 55 Minuten. Meine Frage ändern sich, ich habe gerade gedacht, ob sich von dem Vater im ersten Teil, bevor er springt und dann wieder kommt, ob sich da auch die Frisur geändert hat. Ich glaube, ja. Er hat halt, glaube ich, so ein bisschen verwildert, so die Haare nach vorne und dann hat er so einen klassischen, erfolgreichen Seitenschalter zum Schluss, oder? Ich glaube, er hat sie so richtig eklig angegelt. Okay. Am Anfang. Und die Hose zu hoch. Du hast doch hier Netflix an deinem Fernseher dran geklatscht, oder? Wie lange würde es dauern, das Ende vom dritten Teil kurz aufzurufen? Wahrscheinlich schon nicht. Wir müssen Pause machen. Wir müssen Pause machen. Naja, ich meine, müssen wir nicht. Okay. Ja. Jetzt passiert das, was immer passiert. Sobald da ein Zentimeter vom Mikro weg ist, fängt er an zu singen und am besten singt er auch immer, was er tut. Also, er steht jetzt auf, hängt total an deinem Schläuchen hier und versucht es irgendwie. Hört er mal auf, die ganze Zeit dazwischen zu quatschen. Macht den Fernseher an und dabei singt er. Weil mich die, weil es wirklich interessiert, ob er wirklich denn, meine Güte. Pass auf, wir sagen in der Zeit mal, was denn der beste Zurück in die Zukunft Teil ist. Ich kann nicht reden, wenn du die ganze Zeit reinsingst ins Mikro. Ja, komm, dann jetzt. Das kann ich doch einfach nicht so runterbrechen, darum geht es doch gerade. Das war doch die Frage. Ja, und vielleicht. Wir sind doch jetzt mal vielleicht in der Nähe eines Fazits. Vielleicht ändert sich das ja gleich. Wenn wir das Ende vom dritten Teil sind. Ja. Okay. Ja, ich weiß, du sagst der zweite. Nee, für mich eindeutig die Folge der animierten Serie, in der Jules und Verne verhindern, dass die Dinosaurier aussterben und dann ein Biff-Dinosaurier. Die einzige Serie, die funktioniert, im Jahr 1985. In diesem Stil ist doch, in diesem Stil ist doch, du kannst doch einfach suchen, du musst doch. Ja, mach, ich bin noch was im Kurs. Meine Güte, ey. Finde ich, ist halt die Ghostbusters, die Real Ghostbusters. Das stört überhaupt nicht. Das sind zwei verschiedene Dinger, so Real Ghostbusters, da ist er schon, da ist er schon. Da habe ich auch, über die gibt es auch so eine super Geschichte, über Real Ghostbusters, wo sie die Brille von Janine geändert haben, weil der Sender, dem war die Brille zu scharfkantig, die hatten Angst, dass Kinder davor Angst haben und Janine wurde so ein bisschen von der sexy Sekretärin zu so einer mütterlichen Figur und irgendwann haben die Schreiber dann wieder die Kontrolle übernommen und haben es dann so erklärt, dass Janine von einem Geist besessen war. Okay. Für ein paar Folgen. Mach mal Untertitel mit an, dass man es ganz klar auch lesen kann. Ich weiß nicht, wie ich Untertitel anmache. Mach doch Play und dann Untertitel oder nicht. Ach nee, das geht hier irgendwie nur. Das ist komplex. Ja, das müsste ich vorher einstellen. Vorher? Ja, das ist... Na, dann mach Abspielen in den letzten paar Minuten. Deswegen sage ich, wir sollten Pause machen. Ja, wieso? Wir können doch einfach vorspringen. Also ich würde sagen, das können wir ja machen, aber das ist... Ja, ja. Für mich wäre es, ich glaube, ich bleibe beim Ersten, obwohl ich halt einfach sagen muss, dass ich halt den, den Anfang vom Dritten schon am besten finde, weil der so eine brutale Not hat so. Also das finde ich halt total gut. Dass halt dieses, okay, da ist es schon... Ein bisschen spät. Wir sind gerade in die Credits reingegangen. Ah, okay. Jetzt ist Jennifer und Marty sitzen halt schon wieder in dem Pickup, den er jetzt kriegt, der Toyota Pickup. Willkommen zu dieser Folge von Dirk und Klaus kommentieren Filme. Hörst du irgendwas mit den Kopfhörern? Achso, nee, ich mach mal rechts raus. Ich mach links raus, dann haben wir... Machst du ein bisschen lauter? Ja. Ach, scheiße, muss noch ein bisschen vor. Kannst du ein bisschen vor... Nee, kann ich schon, aber das ist jetzt drei Minuten oder so. Okay. Wollen wir kurz Pause machen? Erst? Okay, machen wir kurz Pause. So, hier sind wir wieder. Juhu! Klaus hat eine Warnvorstellung. Ja, wie gesagt, es war tatsächlich so, wie ich es gesagt habe. Er sagt nur, das sind meine Söhne, Jules und Bernd. Und zum Schluss fragt Marty, wohin geht es jetzt? In die Zukunft? Und Doc sagt, nein, da bin ich schon gewesen. Und dann haut er ab. Und wir haben gesehen, an dem Tender, nee, an dem Zug ist ein fettes Schild mit ELB und wir haben vermutet, es sollte Emmett L. Brown heißen, was irgendwie ein total lustiges Beiwerk ist. Ja, und ich habe gemerkt, weil ich es halt auf im Original, glaube ich, einmal gesehen habe oder sowas, ich gucke diese drei Teile, glaube ich, immer so einmal im Jahr schaue ich sie mir mindestens an. Und dann aber auch nur synchronisiert und deswegen war ich echt überrascht, weil im Original, Quatsch, in der Synchro ist es halt so eine hohe, freundliche Stimme, die halt so ein bisschen gegen diesen runtergepitchten Zug-Sound sagt von wegen, die Zukunft ist noch nicht geschrieben, deswegen macht das Beste raus, alle beide. Und hier ist der Brown, the future is written! Das ist halt nur am Schreien, das ist halt eine ganz andere, ganz andere Stimmung so, weil er halt tatsächlich gegen diese Maschine anschreit, was halt in der Synchro nicht passiert. Was man halt auch mal sagen muss, wie gut der Film immer noch aussieht. Also alle drei Filme, wie gut die noch aussehen, was die Effekte angeht, was den Look angeht. Man ist es halt immer so ein bisschen verwaschen gewohnt, weil man es in den 90ern im Fernsehen gesehen hat, weil halt damals alles einfach nur auf der Matz war und verwaschen war. Aber wenn man es jetzt auf Netflix sieht oder auf Blu-Ray, ich habe den ersten auf Blu-Ray in der Uni gesehen, immer noch Filme, die fantastisch aussehen. Ich glaube, langsam übrigens auch, auch immer so ein bisschen verwaschen. Ja, fantastisch. Haben wir schon gesagt, welchen wir am besten finden? Haben wir das am Mikro gesagt? Ich glaube, ich habe gesagt, dass ich mich auf den ersten einschießen würde, aber den Anfang vom dritten halt einfach am kräftigsten finde. Weil er hat so eine, er hat halt einfach so eine, also am zweiten ist es halt, klar, da ist irgendwas mit den Kindern, man weiß aber nicht genau was, aber ich finde, das ist halt so eine perverse Not zu wissen, der beste Freund hängt in einer Zeit fest. Und er hat ja, er hat ihn ja am Ende des zweiten gesagt von wegen, komm nicht, holen, rette mich nicht, lass mich hier. Und dann lässt er ihn. Was auch immer passiert. Genau. Und dann findet er doch halt irgendwie seinen Grabstein und denkt, scheiße, der stirbt eine Woche, nachdem er da ankommt. So und dann wegen irgendwie, was war das, 100 Dollar oder 10 Dollar in den Rücken geschossen oder sowas. weil halt irgendwie, er hat die Pferde oder das Pferd von Mad Dog beschlagen und das ist halt irgendwie, er hat ihn abgeworfen und dann hat das Pferd erschossen und dann hat er den Hufschmied von hinten erschossen. Er schuldet mir 11 Dollar, 7 für das Pferd und 4 für die Hufe. Genau, irgendwie sowas. Da sind die 11 Dollar. Ich kann den Huf neu beschlagen. Ich habe das Pferd erschossen. Ich habe das Pferd abgeknallt. Ja. Also ich, also für mich der zweite, auch wenn der erste der bessere Film ist, objektiv betrachtet. Aber der Anfang vom dritten, der ist doch schon krass, oder? Ja, für mich ist das eher das Ende des Zweiten, was da... Ja, also auf jeden Fall, in dem Moment fängt halt einfach so eine ganz krasse Stimmung an. So eine richtige, so jetzt muss der Held, also jetzt muss er halt über sein jugendliches Ding hinaus und dann sagen jetzt, bumm. Ich glaube, ich glaube für mich auch der zweite, weil es da am meisten so verrückt hin und her geht. In die Zukunft, zurück nach 55, ins falsche 85. Der zweite und der dritte sind auch die Teile in denen sie halt drei Zeiten bereisen und der erste ist nur der Teil mit zwei Zeiten. Für alle Freunde der Zeitrechnung. Wir müssen dann aufhören mit dem Satz... Unsere Zeit ist vorbei! Das bei uns alles immer so verdammt knapp sein muss. Ach, dass bei uns immer alles so verdammt knapp sein muss. Huh, cool reagiert. Ich habe dabei auch die ganze Zeit auf meine Arman-Uhr, die ich nicht sehen kann, gezeigt. Die neue Casio in Visi-Watch. Wir sind für Nüsse mit Dirk und Klaus. Ihr erreicht uns unter at für Nüsse-Pod auf Twitter. Ja, ihr könnt uns auch Fragen stellen, also schreiben. für Nüsse at gmail.com wäre die Adresse dafür, falls ihr E-Mails verschicken wollt. Genau. Oder ihr geht auf für Nüsse-Pod.com. Nice! Oder ihr besucht den Kanal auf YouTube für Nüsse mit Dirk und Klaus und setzt eine schätz... schöne Frage. Eine schätzungsweise Frage. Eine schöne Frage. Gibt mir Schätzfrage als Kommentar und wir müssen uns eine Stunde über diesen... Welche Kleinergröße habe ich? Genau, oder ihr geht auf... Oder ihr sucht für Nüsse-Pod... Nee, für Nüsse mit Dirk und Klaus auf iTunes oder Podcast Addict oder wo ihr eure Podcasts auf dem Smartphone unterwegs hört. Und da könnt ihr uns auch eine Bewertung geben und zum Beispiel Justin Trudeau Fanfiction in die Kommentare schreiben. Fick. Ja, wegen Ficken. Ich verstehe. Ja, und das war's für heute. Also, die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Macht das Beste draus. Ihr beide. Alle beide. Super, wenn wir nur zwei Zuhörer haben. Juhu. 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 Juhu.